Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu Castle Story. Ja, zum großen Planieren. Auffüllen, wie auch immer. Sind wir ja voll mit drin. Mit dabei. Ja, da kommt schon die Kompanie, um den Berg weiter abzutragen. Ein bisschen Brimstone können wir noch sammeln, dann muss nur noch eigentlich Erde abgetragen werden. Und gerne drüben. Das ist doch schon mal praktisch. Dann können wir hier einen schmaler machen. Und hier einen zu breiter machen. Und jetzt wird da, warum das nicht mehr funktioniert. Das ist doch schön. Das war zu viel des Guten. Und da wieder schon nicht mehr. Das war wieder zu viel. Äh, nein. Hier da hin. Und du da hin. So. Na doch, die füllen da auf. Äh, die baut da ab. Na ja, ist okay. Und so funktioniert das nicht. Äh, erstmal die beiden Blöcke da wieder auffüllen irgendwie. Beziehungsweise ich brauche nur einen von euch beiden. Da müssen wir gucken, wie wir das hier hinkriegen. Nee. Äh, okay. So hätte ich das gerne. Nein, nicht den da. Wie kriege ich das hin? Nein, nicht den da. Kamera. Kamera. Wo bist du hin? Schön da geblieben. Äh, was? Was tust du da? Du bleibst erst mal da stehen, während ich versuche hier dieses Fiasko zu richten. Äh? Nein. Okay, du machst da weiter. Ihr merkt, das fängt schon sehr gut an, oder? Genau so kapiere ich gerade nicht, warum ich das hier setzen konnte das letzte Mal. Wie ich es hier nicht setzen kann. Mit einem Flatten-Task. Guck. Kann nichts hoch. Kann nicht. Oh, weil da keine Erde im Weg ist. Liegt das wirklich da dran? Äh, das will ich auch nicht. So kann ich nur fletten. Ich esse nicht. Kann nicht so püren. Nee, ich fühle mich. Kann nicht so püren. Kann nicht so püren. Nein. Kann nicht so püren. Kann nicht so püren. Eigentlich das püren. Also, das ist gerade echt eine Katastrophe. Äh. 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 Mal von unten an. Nicht von oben. Wie gesagt, die hätten einen einfachen Fill-Befehl. Geben, äh, machen können. Aber nein, sowas gibt's ja nicht. Könnte halt... Okay, ich kann hier irgendwo einen Block drauf platzieren. Ich kann hier einen Block drauf platzieren. Könnte den vielleicht als Ausgangslage nehmen. Okay. Ja, meine Hauptsorge ist halt, dass wir die Schicht, dann noch eine Schicht irgendwie drauf klingen müssen. Wie wird das dann anstellen? Wie wird das dann? Wie wird das dann? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020